Mach doch die Tür zu! Er zieht da echt durch! Nee! 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 So, es geht raus. Und JDC. Oh, das ist schön abgewartet. Und das kann er auch ausnutzen. So, Bombe soll geplantet werden. Oh mein Gott, da fallen sie alle um. Wie der Christbaumschmuck, wenn das Kindlein wieder mal mit dem Fahrrad gegen den Baum fährt. Wie gut ist das Timing da von Andi, dass er da auf den Kopf drauf kommt? Wer sieht den Spieler? Was? Im Ernst jetzt? Was war das denn? Mal die AUG wieder... Was ist das für ein Setup, Alter? Fünfmal AUG! Ja, das sieht man auch sehr selten. Aber die AUG ist stark. Die AUG ist stark und wir sehen es hier bei denen eben. So, aber auch die Deagle ist stark. So, nee! Hallo! Was ist jetzt hier los? Der Unterschied, ne? Die haben halt sehr viel Zeit zum Trainieren. Sollten sie auch. So, jetzt geht es hier mal kurz durch und über... Oh! Oh! Chris K. mit der P250 auf jeden Fall hat die sich gelohnt, dem in die Hände zu gehen. Aber Tensky! Schönes 3K da von ihm! Was ist da noch drin? Der kommt nochmal in den Reload, das Backup ist da. Nein, Tensky! Im Leben nicht, oder? Nee, das Ace macht er nicht. Aber das 4K zeigt nochmal die Dominanz von Attacks. Die sind aufs Dach gegangen? Nein! Nein, 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 nein. Hätte er jetzt ne Smoke? Er hat nen Kit. Ah, mach doch die Tür zu! Er zieht da echt durch! Ne! 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 Das geht durch! Zipix, du bist doch absolut geisteskrank! Schnell! Sehr, sehr schnell! Richtung B drauf! So, und das ist wirklich sehr flott! Dominik holt da doch den ersten raus, wechselt nochmal die Position. Stark von ihm! Ausgespielt! So, jetzt wird er unter Druck gesetzt. Man will ihn unbedingt rausnehmen! Ja, Mann! Astralis holt ne Runde! Schlag er ein! 12 Volt Top mit rein und Nino. Schöne Flash, aber Nino, richtig gutes Timing an den ersten Götze! Was? Nino, was? Was? Ein Flick gegen Light! Kann hier auch nochmal gut einen nachsetzen. Mit ne 3 gegen 5 Situation im Retake. Oh mein Gott, ist der Double Kill! Und zwar eine Kugel und zwei Headshots da von Mantu. Da stehen sie aber auch perfekt in einer Reihe. So, wer mir den Kuchen backt, ist mir egal. Hauptsache ist eine Pfeile für das GTA am Fenster drin. Vitas, du siehst ja auch aus wie so ein Verbrecher, ja? Also, bei dir wundert mich gar nichts mehr, ne? Denn Plan B und Big Omen Academy haben sich auch 1 zu 1 getrennt. Hier gibt es den Alak-Push, Arno und NTC. Und die räumen hier auf. Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Und das ist schon visited. Und das war's! Vielen Dank.